Ja, hallo und willkommen hier zur vierten Folge Supremacy 1914 auf meinem Kanal in unserem großen Supremacy YouTube Turnier. Ja, wir haben es kurz vorm Tageswechsel zum Tag 5. Für euch kommt das quasi hochgeladen wie Tag 5. Hat jetzt einfach den Grund, dass ich jetzt zwei Tage nicht da bin, beziehungsweise zumindest nicht aufnehmen kann. Also ich kann trotzdem moderieren etc. alles machen, kann aber leider nicht aufnehmen. Deswegen mache ich das jetzt schon, einfach um zumindest die Lücke nicht ganz so groß zu halten. Ja, lasst uns einfach mal schauen, wie hier die erste Karte gelaufen ist. Wir gucken auch direkt wieder auf unser kleines Sorgenkind Aquila hier im Süden und sehen hier, dass es hier einen Angriff gibt von portugiesisch Mosambik mit 8 Kavalerie, 5 Panzerwagen. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Ich bin mir recht sicher, das werden sie nicht halten können. Das wird auf jeden Fall zu einem Verlust von dieser Provinz kommen und ich vermute sogar dann entsprechend vom Verlust zu einem Verlust der gesamten Karte. Wobei ich noch sagen müsste, ich würde die dritte Armee hier runterziehen. Das könnte sie eventuell noch retten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Aquila gerade da ist, aber ich vermute, dass das durchaus noch helfen würde. Ja, das wären hier nochmal knappe 200 Trefferpunkte. 250 Trefferpunkte würde nochmal ein Panzerwagen dazugeben. Dann könnte das jetzt durchaus passen. Wir haben hier auch eine Level 3 Festung, die natürlich auch nicht zu unterschätzen ist. Müssen wir einfach mal gucken. Aber wir sehen ja auch hier oben, Deutsch-Tansanier hier oben auch nochmal im Angriff, auch auf eine Level 2 Festung. Also das sieht jetzt hier wirklich gar nicht gut aus. Also Aquila höchstwahrscheinlich demnächst bald raus. Ist natürlich sehr schade, damit war es für ihn ein sehr kurzes Projekt. Ich hoffe, dass er trotzdem Spaß hatte. Wir werden es natürlich sehen, ob sie es noch rumreißen können. Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen... Ja, ich bin pessimistisch, muss ich einfach sagen. Aber im Zweifel, im Finale sehen wir ihn definitiv wieder. Aber da haben die YouTuber ja eine kleine Freifahrtkarte. Gucken wir mal nach Asien. Hier ist nämlich auch ein bisschen was los. Wir sehen hier eine große Front von Manchurei, von Hongxiang, die jetzt hier natürlich alles auf sie werfen können, weil hier im Norden die Koalition mehr oder minder besiegt wurde. Wir sehen auch hier ein russisches Empire, was hier sehr groß am Aufräumen ist. Was ist denn das hier eigentlich für ein Weg? Wer ist denn das? Welche Einheit? Ah, okay. Das scheint hier ein Angriff zu werden. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Man muss auch sagen, dass hier die Grenze sehr frei gezogen ist. Da müssen wir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen beobachten. Wenn es jetzt hier einen Angriff gibt, dann ist das okay. Aber wir haben eigentlich die Regel im Turnier, dass Grenzen niemals frei sein dürfen. Und da Hongxiang jetzt hier alles im Süden hat, ist natürlich oben die Grenze frei. Das ist natürlich logisch. Aber das wird hier ein sehr großer Kampf. Wir sehen jetzt hier wirklich riesige Armeen. Also riesige Armeen. Hier sind, glaube ich, drei Länder gefühlt gemeinsam, die jetzt hier drauf gehen. Das wird sehr spannend. Das geht vor allen Dingen direkt auf die Hauptstadt. Ich muss jetzt mal gucken, wer ist denn das hier? Das ist, glaube ich, die Koalition hier rund um... Okay, das hier im Süden ist eine andere Koalition. Das ist hier die Koalition im Norden. Wer ist denn da drin? Das japanische Empire. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Das werden wir beobachten, wie das jetzt hier ausgeht. Könnte aber schmerzhaft auf jeden Fall werden. Wer ist denn hier unten in der drin? Boma, Republik, Siam, Shanxi. Okay, also wir haben... Shanxi. Ah, okay, ich verstehe. Das geht quasi auf die Koalition hier drauf. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber das mit den... Das könnte jetzt... Da müssen wir mal überlegen, was wir da jetzt machen. Weil wir haben hier oben im Norden definitiv eine geschlossene Grenze. Eine... Beziehungsweise eine geöffnete Grenze, die nicht erlaubt ist so. Das ist eigentlich... Nicht... In Ordnung. Da muss ich mal gucken, was wir da machen. Gut, aber das diskutieren wir jetzt natürlich nicht öffentlich in der Folge aus. So, ansonsten. In Amerika sehen wir immer noch relativ inaktive Fronten. Bin ich sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Ja gut, das könnte jetzt hier ein Angriff werden. Wir sehen hier zehn Panzerwagen. Das sind wirklich große Panzerwagen-Sex. Das muss man wirklich so sagen. Also die Teams versuchen hier wirklich alles, um effektiv zu spielen. Das habe ich auch schon oft festgestellt. Es werden sehr viele Ressourcen hin und her getradet. Also es gibt wirklich auch Spezialisierungen. Also es gibt Spieler, die sich dann offensiv aufstellen. Es gibt Spieler, die sich defensiv aufstellen. Finde ich sehr interessant. Hier wird ein Hafen gebaut. Okay, da muss ich fast sagen, das würde ich in der Position wahrscheinlich eher nicht machen. Aber kann man durchaus tun. Ja, sehr gespannt. Gerade hier im Süden auch eher gerade so ein bisschen kleiner Stellungskrieg. Ja, wir haben jetzt hier natürlich auch den Punkt des Panama-Kanals, der natürlich erstmal zu überwinden ist. Was höchstwahrscheinlich auch nicht so leicht ist. Aber wir sehen jetzt hier zumindest schon mal Versuche, aufs Wasser zu kommen und die Koalition entsprechend anzugreifen. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Gucken wir nochmal kurz auf die Rangliste. Da sehen wir die Top 12. Bis jetzt relativ gut aufgestellt. Wir sehen hier durchaus, dass Team Aquila immer noch die Chance hat, wenn sie es dann irgendwie schaffen, sich da unten aus der Situation zu befreien, die Top 12 zu kommen. Ja, wir sehen aber hier, die Koalition ist, jetzt muss ich mal gucken, welche ist denn das hier? Genau, das ist die Koalition, die da drüben kämpfen. Die kämpfen gegen die hier oben. Ah, das wird schwierig. Das wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich bin gespannt und wir sehen das dann in zwei, drei Tagen, wie es ausgeht. Und damit würde ich sagen, gucken wir direkt mal auf die zweite Karte. Ja, und da sind wir auch direkt auf der zweiten Karte. Also, wenn wir jetzt auch erstmal wieder direkt hier nach Afrika schauen, sehen wir, dass hier auch sehr viele Panzerwagen unterwegs sind. Müssen wir einfach mal gucken. Das wird hier eine spannende Geschichte noch. Das ist hier Union Südafrika. Union Südafrika. Okay, aber warum gehen die hier nicht? Ja, okay, die sehen nicht, wie viel hier drin steht. Das ist natürlich ein guter Trick, ne? Die sehen jetzt nicht, dass in Baputo hier nur eine Truppe drin steht und können halt entsprechend reagieren. Jetzt sehen Sie hier den Angriff von, ähm, von Madagaskar. Das ist natürlich, äh, sehr, äh, risikowarftet. Genauso hier der Vorstoß. Oh, das könnte hier böse enden. Dieses Angola ist hier im Norden komplett aktiv. Die sollten sich, glaube ich, eher mal auf eine Verteidigung hier unten einstellen. Ah, das ist auch eine sehr spannende Lage hier. Also wir haben hier, äh, durchaus auch ein bisschen verteilte Grenzen. Rhodesien hat hier das Ganze wieder zurück eingenommen. Das ist schon mal eine gute Entscheidung. Aber es wird sehr spannend. Ähm, ansonsten gucken wir mal kurz nach Europa. Das haben wir jetzt in der letzten Karte nicht gemacht. Ich will das auch so ein bisschen immer aufteilen. Äh, dann sehen wir hier immer noch, dass sich in Spanien hier nicht viel tut. Wir sehen aber auch hier, dass auch die KIs in England noch nicht angegriffen wurden. Daran sieht man auch wieder, dass man natürlich sich zweimal überlegen muss, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. In dem Fall wurde sich höchstwahrscheinlich dafür entschieden, das nicht zu tun. Ähm, ja, hier nicht wirklich viel passiert. Grenzen relativ gut besetzt. Äh, alles im Rahmen, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall akzeptabel. Damit kann man, kann man leben. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie sich die ganze Geschichte hier weiterentwickelt. Ansonsten muss man sagen, hier relativ wenig los. Schauen wir mal in die Provinzen. Wir sehen jetzt hier immer noch zwei sehr starke. Und danach alles relativ dicht aneinander. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie sich die ganze Geschichte so entwickelt. Und gucken direkt auf Karte 3. Ja, und damit sind wir auch direkt auf der dritten Karte. Ähm, die Karte, auf der Skilla vertreten ist. Und ich würde sagen, da schauen wir auch direkt mal hin. Weil hier gibt es wirklich viel zu erzählen. Wenn wir mal auf die Koalition als erstes schauen, sehen wir, dass unsere Koalition rund um Skilla Platz 2 belegt, was die meisten Provinzen angeht. Und das ist wirklich eine sehr gute Leistung. Sie sind jetzt dabei, hier in den Norden fortzurücken. Haben natürlich jetzt ein bisschen Pech, dass französisch-äquatorial Afrika ihr so ein bisschen, ihnen so ein bisschen die Provinzen jetzt hier streitig macht. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig natürlich gelaufen. Das sind auch die beiden stärksten Koalitionen jetzt hier, die hier aufeinandertreffen. Und bin ich sehr gespannt, wie sich die Geschichte jetzt hier klären wird, wie das dann weitergeht. Ähm, ich würde ihnen empfehlen, höchstwahrscheinlich hier die KIs erstmal im Süden einzunehmen. Das sind auch noch sehr gute Provinzen. Das ist Baumaterial, das ist Stahl, das ist Nahrung, das ist Energie. Also es sind unterm Strich wichtige Provinzen, die man gut gebrauchen kann. Eventuell kann man dann auch den Kongo noch angreifen und hier drüben Gabun. Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, zu empfehlen und würde auf jeden Fall ihrer Kriegsführung nicht schaden. Ähm, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht, wie sie sich das jetzt hier bekämpfen. Man muss ja auch immer noch bedenken, dass die Koalition hier um Äquatorial Afrika natürlich auch immer noch ein paar andere Probleme vor sich hat, immer noch ein paar andere, ähm, ja, Koalitionen um sich hat. Ähm, und da muss man einfach mal gucken, wie wird das Ganze hier laufen und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird und vor allen Dingen, wer sich hier durchsetzen wird. Ähm, ansonsten, auch hier, äh, haben wir jetzt deutlich Bewegung drin in Asien. Hier sind jetzt dabei, die ersten Koalitionen sich durchzusetzen. Wir haben ja jetzt hier die Koalition leider im Norden, die jetzt hier komplett zusammenbricht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Die werden jetzt hier alle ihre Gebiete verlieren. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt in weiterer, in den weiteren Tagen, ähm, durchsetzen wird oder beziehungsweise entwickeln wird. Bin ich sehr gespannt. Ähm, wir sehen aber auch hier, dass doch die relativ gleichen Koalitionen wie auch in den anderen Provinzen, äh, beziehungsweise in den anderen, ähm, Staaten das Ganze hier vorangeht. Und ich muss aber sagen, die Koalitionen hier, die, ja, geben sich auf jeden Fall Mühe. Es macht wirklich Spaß zuzuschauen. Es ist eine coole Geschichte. Ich scrolle mal wieder hier überall lang, damit ihr natürlich auch sehen könnt, wie das Ganze jetzt hier zustande ist, wie es hier weitergeht. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das hier die einzige Karte ist, in der England angegriffen wurde bis jetzt. Ähm, das hilft natürlich der Koalition hier enorm. Gerade England, finde ich, sind auch recht wichtige Provinzen dabei. Wenn wir hier mal so schauen, ist hier eine Doppelstahlprovinz dabei. Kohleenergie kann prinzipiell auch nicht schaden. Wir haben Öl. Also es sind durchaus auch Provinzen dabei, die man gut und gerne gebrauchen könnte. Und jetzt bin ich auch gespannt. Schweden ist jetzt hier dabei, in Amsterdam zu landen, äh, beziehungsweise in Belgien zu landen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und wir sehen jetzt hier auch den Kampf ausbrechen zwischen dem Team 13 und dem Team 14. Auch da bin ich sehr gespannt. Das wird jetzt eine coole Geschichte. Hier wird es jetzt richtig zur Sache gehen. Wir sehen hier Polen. Der hier höchstwahrscheinlich sogar das Ganze schaffen wird. 19 Minuten. Ne, doch nicht. Okay. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Ähm, aber er schafft jetzt hier im Norden den Angriff. Und das wird er höchstwahrscheinlich gewinnen. Und dann bin ich sehr gespannt. Ähm, oft ist es ja so, wenn dann einmal Gebiete fallen, dass dann mehr oder minder sofort, ähm, irgendwo ein Durchbruch geschieht. Er sieht, man sieht jetzt hier auch die Notfallverschiebung von, von Westen her rüber. Bin ich auch gespannt. Wir sehen jetzt hier theoretisch auch, dass sich auch Schweden mehr oder minder in Stellung bringt. Das können jetzt hier ordentlich Dynamik in die ganze Geschichte reinbringen. Man muss ja auch sagen, hier die Position hier im Norden ist ja eine relativ sichere. Bin ich gespannt. Muss ich wirklich sagen. Das kann richtig, richtig spannend werden. Und wir werden uns in zwei, drei Tagen sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt und wer sich durchsetzen kann. Bin ich, ähm, wie gesagt, sehr gespannt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.